Kyria, Kyria, Eleison, Kyria, Kyria, Eleison. Jesus Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Jetzt fangen die großen Ferien an. Hast du nicht auch mal Ferien gemacht, Gott, am siebenten Tag? Dann weißt du ja, was gut tut. Auf einer Wiese liegen, in den blauen Himmel schauen, schwimmen im See. Einfach nur zusammen sein, was Schönes erleben. Für alle, die jetzt Ferien haben, bitten wir dich, schenk ihnen, dass sie das Leben genießen können. Für Jugendmitarbeiter und Gemeindepädagoginnen, die Freizeiten gestalten, bitten wir dich um gute Ideen, um Kraft und Gesundheit. Amen. Dona nobis passen in terra. Dona nobis passen domine. Dona nobis passen domine. Amen. Amen.